Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde es sehr schön, wenn der regierende Bürgermeister bemerkt, dass ich als Kulturpolitiker gelegentlich Theater besuche. Meine Frage, sehen wir uns eigentlich am Samstag in Gorki zur Übergangsgesellschaft? Ich glaube, das Stück passt auf Ihre Koalition. Das wäre lehrreich. Noch schöner wäre es allerdings, wenn Sie als regierender Bürgermeister Ihrem Kultursenator mitteilten, dass es in der Berliner Kulturlandschaft noch andere Orte gibt als Philharmonikakonzerte, Opernprämieren und Ballett. Ich treffe ihn in diesen anderen Einrichtungen eher selten bis gar nicht. Aber wie gesagt, muss nicht sein. Eher selten bis gar nicht. Zu Hause als Debatte ist ja schon einiges gesagt worden. Ich mache hier diese Gesänge jetzt nicht mit. Ich möchte nur feststellen, selten habe ich seitens einer Koalition so lust- und kenntnislose Haushaltslesungen im Fachausschuss erlebt, wie anlässlich dieses Doppelhaushalt ist. Es ist wirklich nicht verwunderlich, wenn der Hauptausschuss da auch noch eingreifend tätig wurde. Leider hat er das Herumgewurstete nur noch schlimmer gemacht. Frau Lange, ich zitiere einen Ihnen nicht ganz unbekannten Sozialdemokraten namens Wolfgang Thierse, der vorgestern das Abgeordnetenhaus von Berlin aufforderte, den Senat von Berlin vor diesem Hauptausschuss in Schutz zu nehmen. Gut. Er hat das Herumgewurstete nur noch schlimmer gemacht. Seine Entscheidungen, die uns heute vorliegende Beschlussempfehlung, hat durchaus einen gewissen Nebengeruch von Klientel und Wahlkreisbewirtschaftung. Zu Ihren Aufwüchsen, Herr Schlede. Bitte hören Sie endlich damit auf, sich andauernd dafür zu loben, was eigentlich die normalste Sache der Welt ist, nämlich das Ihnen Anvertraute, die Berliner Kultur zu schützen und zu bewahren. Hören Sie endlich damit auf, sich dafür zu loben, dass Sie sich bereit erklären, abgeschlossene Verträge zu bedienen, Tarifverträge zum Beispiel. Und noch peinlicher wird es, wenn diese Verträge jahrelangen Einkommenszuwachsverzicht der Beschäftigten, nämlich deren solidarischen Beitrag zur Haushaltsanierung lediglich wieder korrigieren. Ich finde, das kann man nur mit dem Wort Ruspe bezeichnen. Ich finde es eigentlich normal, damit Sie das verstehen, was ich meine, wenn ich bei einem Autohändler einen Wagen mit vier Rädern erhalte. Würde der aber so wie Sie argumentieren, würde ich dem noch nicht mal einen Tretroller abkaufen. Und die leicht, die leicht königlich-gönnerhafte Geste, mit der der regierende Bürgermeister vorhin den Haushalt des Kultursenators erläuterte, erinnerte mich irgendwie an Friedrich den Großen. Das war ein gewisser Politiker von Format. Ihm wird die Aussage zugeschrieben, dass es mit den Philosophen wie mit einer Zitrone sei. Man quetscht sie aus und wenn kein Saft mehr kommt, wirft man sie weg. Und genau das praktizieren sie mit Teilen der Berliner Kulturlandschaft, Herr Wobereit. Sie schmücken sich mit deren Leistungen, quetschen sie förmlich aus und dann werden die irgendwie zur Seite gelegt. Die zynische Idee der Herrn Kollegen Graf und Salé mit den die 25 Millionen Euro überschießenden Einnahmen aus der Citytex, also übersetzt einer Summe, die sich der Null nähert, mit dieser Nullsumme, dann von unten oder von oben genau, einer Summe, die sich der Null nähert, die wollen Sie dann noch dritteln und dieses Drittel wollen Sie der freien Szene zur Verfügung stellen. Das ist schon unerhört. Den fast 440.000 freiarbeitenden Berliner Künstlerinnen und Künstlern kann man, denke ich, nicht deutlicher klarmachen, dass man sie eigentlich für nebensächlich hält, für ausgequetschte Zitronen und sie sich genau genommen vom Acker machen können. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Lange? Nein, jetzt bin ich gleich fertig. Wir können dann disputieren. Einer von diesen, machen Sie es sogar recht unverblümend von Angesicht zu Angesicht, klar, den sogenannten Finanzierungsvorschlag für Sascha Walz & Gäst kann man nur als perfide bezeichnen. Und genau diese Art des Kulturkannibalismus der Betroffenen untereinander, den Sie jetzt hier befördern, den wollte die Koalition für die freie Szene eigentlich vermeiden. Sie spielen die Gattungen gegeneinander aus. Sie spielen die Freien gegen die Institutionellen gegeneinander aus. Und aus der Not einer vollkommen konzeptionslosen Kulturpolitik fallen Sie zurück in das alte Teile und Herrsche. Zurück zur Zitrone. Herr Wobreit, die möchte ich Ihnen am Ende meiner Rede schenken. Ich glaube, es ist besser, Zitronen zu pressen, als weiterhin Künstlerinnen und Künstler unter einem solchen Druck arbeiten zu lassen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.